Hi Leute und willkommen zu einem Video der anderen Art. Hier ist SpookyVF, normalerweise mache ich Let's Plays, aber heute möchte ich mich mal einer wissenschaftlichen Frage widmen, und zwar einer mathematischen, um es genauer auszudrücken. Und wir haben hier eine Aufgabe, die im Internet in den verschiedensten Variationen kursiert. Und heute haben wir diese hier mit Bananen, Ananas und Orangen. Hier steht es, löst diese Aufgabe, wenn ihr es könnt. 90% finden die Lösung nicht. Ich selbst bin auch auf diese Aufgabe durch Facebook aufmerksam geworden und habe mich daran versucht und habe festgestellt, dass viele Leute auch Denkfehler drin haben, denn die Aufgabe hat eigentlich genau genommen zwei Tücken, und zwar einmal die Multiplikation in der vierten Reihe, die ihr seht, und in der vierten Reihe auch die zwei Variablen. Da ist weder die Orange bekannt, die kann man nicht vorher ermitteln, und das Ergebnis nicht. Und das resultiert eigentlich auch aus schon der Reihe davor, aus der dritten. Das werden wir uns genauer betrachten, denn ich werde das jetzt mathematisch Schritt für Schritt erklären und lösen. und ich gehe da wirklich auf jeden Schritt ein, damit es auch jeder nachvollziehen kann. Und wenn ihr Lust habt und vorher lösen wollt, dann könnt ihr das Video an dieser Stelle pausieren, bevor ich die Auflösung euch präsentiere und selber mitlösen und gucken, auf welchen Wert ihr kommt. Dazu seid ihr herzlich eingeladen. Und ansonsten gehen wir eben analytisch an das Ganze heran, und ich werde mein Bestes geben, um es zu erklären. Wie gesagt, das ist was Neues für mich, das möchte ich unbedingt mal ausprobieren. Da habe ich mich irgendwie jetzt richtig drauf gefreut, da ein Video zu machen. Und ich hoffe, ihr könnt diese Freude teilen und seid gespannt, wie es weitergeht. Bis gleich! Da wären wir wieder. Ich habe die Aufgabe in Paint gepackt, damit ich euch hier ein paar Sachen sagen kann. So, wie gesagt, es geht um vier Reihen. In der ersten Reihe sehen wir drei Bananen und so. Die ersten beiden Reihen würde ich trivial nennen. Und wir machen das jetzt auch, wir markieren uns die Reihen als Reihe 1, 2, 3 und 4. Das eigentliche Problem liegt, wie gesagt, in der dritten Reihe, beziehungsweise in der vierten, je nachdem, wie man es nimmt. Dort passieren die Denkfehler, ein Denkfehler oder ein Rechenfehler, je nachdem. Ich habe da unterschiedliche Sachen gesehen. Ja, und deswegen müssen wir aufpassen. Einmal hat man nämlich das Problem, in der vierten Reihe ist das Endergebnis, das gesucht ist durch diese Aufgabe. Aber wir haben hier auch eine Orange. Also zwei Variablen in Reihe 4, was das Ganze ein bisschen erschwert. Alle anderen Reihen kann man eigentlich durch Umstellen der Formel lösen. So, deswegen markiere ich jetzt mal die Reihe 3, weil ich sage, die ist prägnant. Und ja, ab da wird es eigentlich, obwohl die Reihe 3 leicht ist, umzustellen und auch aufzulösen und den Wert für die Orange quasi rauszufinden, gehen wir später noch drauf ein. Aber hier passiert der Denkfehler der meisten. Oder also der meisten, der mir mal aufgefallen ist. Also jetzt deklarieren wir mal die Variablen. Eine Banane nennen wir einfach B, um das Ganze in Algebra umzuwandeln. Eine Ananas nennen wir A. Und ja, die Orange nennen wir dann eben auch O. Ich habe hier noch ein paar Tippfehler. Gleich suche ich auch noch das Pluszeichen, weil hier auf der Tastatur ist das ein bisschen anders. Die ist nur eine halbe Tastatur. Da musste ich ein bisschen suchen. Orange, also O. So, damit haben wir die Variablen deklariert und können das Ganze abkürzen, um es gleich in Formeln zu packen. Ja, das schieben wir alles mal schön hier rüber und dann fangen wir auch gleich an mit der Reihe 1 und gestalten die um. Das ist jetzt wirklich trivial, simple Mathematik. Das ist, da haben wir, ähm, ja, drei Bananen. B plus B plus B. Nach unserer Dings, da suche ich jetzt übrigens das Pluszeichen. Sorry dafür, ähm, ja, Tastaturfail. Ich habe gedacht, mein Laptop, der hat eben noch rechts dieses Pad, wo das Plus ist. Das ist hier nicht. Und ja, das hat ein bisschen gedauert. Bin ich nicht so gewohnt. Ich bin nicht oft am PC. Fast immer nur am Laptop. So, deswegen haben wir hier jetzt B plus B plus B gleich 60, ne? Das ist unsere erste Reihe. Und jetzt müssen wir eben einfach umstellen und das Ganze auflösen, damit wir, äh, auf der linken Seite quasi, äh, nur noch B haben, ne? Also ich mache, wie gesagt, ich mache das jetzt wirklich Schritt für Schritt, äh, dass es wirklich jeder nachvollziehen kann, ganz simpel. Also B plus B plus B gibt 3 B plus 60 und wir gehen auf beiden Seiten, dividieren wir durch 3, dann haben wir B alleine stehen und haben unsere erste Variable gelöst. Also wir haben für, für eine Banane B den Wert 20 und der gilt für jede einzelne Banane. Jede Banane hat einen Wert von 20. Wie gesagt, triviale Reihe und deswegen gehen wir jetzt in die Reihe 2. Die ist ähnlich trivial. Wir benutzen jetzt einfach den Wert, den wir ermittelt haben für die Banane, setzen den ein und versuchen die Ananas, äh, herauszufinden, beziehungsweise den Zahlenwert, der der Ananas entspricht. Dann haben wir hier B plus A plus A und das ergibt 26. Hätte ich mal schneller geschrieben. Ich vertone das nämlich nachträglich übrigens. So, dann kommen wir auf B plus 2 A ist gleich 26. Also das hier ist jetzt wirklich ganz Schritt für Schritt, ist kein Schritt ausgelassen. Ähm, ja. Und das stellen wir dann jetzt auch nochmal, also für B setzen wir jetzt auch nochmal unsere 20 ein und dann haben wir da quasi stehen ähm, 20 plus 2 A gleich 26. Subtrahieren hier die 20 auf beiden Seiten und haben stehen 2 A gleich 6. Was wir jetzt wieder, äh, dividieren auf beiden Seiten durch 2 und dann haben wir unsere Variable A mit einem Zahlenwert von 3, der entspricht der Ananas. Ich werde das jetzt auch gleich ins Bild noch einfügen, damit wir hier im Aufgabenbild haben wir dann, äh, die Werte hier stehen. Ähm, unsere Entsprechungswerte quasi, ne, dann, äh, das, dass wir das auf dem Bild direkt wahrnehmen, dass wir das direkt sehen. Ich hoffe, das ist dann so angenehm. Und, ja, ihr könnt es sicher nachvollziehen. Wenn noch Fragen sind, könnt ihr das natürlich gerne in die Comments schreiben. Ähm, oder auch bedenken, ob irgendwo ein logischer Denkfehler ist. Äh, weil das ist immer noch meine Herangehensweise. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass es keine andere Möglichkeit gibt. Ich habe auch keine logischen Reihen entdeckt oder so. Was ist eigentlich wirklich eine ganz simple Aufgabe, die ein Problem hat. Man, äh, widmet sich meistens der Reihe 3 zuerst. Darauf gehe ich gleich nochmal ein bisschen ein. Ähm, nämlich jetzt kommen wir an diese ominöse Reihe 3, ne. Ähm, Ähm, eigentlich wäre es besser, wenn man würde vorher, äh, irgendwie ein bisschen auf die 4. achten. Aber man macht das eben logisch von oben nach unten und geht jetzt automatisch an die Reihe 3 dran. Aber man sollte diese Reihe 4 auch schon im Auge haben. Eigentlich. Aber in der Reihe 3 passiert nämlich meiner Meinung nach ein Fehler und den zeige ich euch jetzt auch direkt ohne große Umwege. Wir gehen nämlich hin und machen A plus O plus O. Und hier ist schon der Denkfehler. Hier ist schon der Fehler drin, ähm, weil wir die Orange als O deklariert haben, die Variable. Das heißt, wir hätten jetzt A plus A plus O plus O gleich 7 und würden das Ganze, ähm, Ähm, ja, jetzt natürlich nach O auflesen können. Ich schiebe das schon mal gleich hier rüber, weil das hier ist falsch. Beziehungsweise ist es nicht falsch. Man könnte natürlich das auch so machen. Aber, ähm, erkläre ich euch gleich. Jetzt haben wir nämlich hier stehen, 2O ist gleich, wir ziehen die A, also die 3 rüber und haben 4. Jetzt haben wir aber hier 2O ist gleich O, haben wir eigentlich das Dilemma. Weil wenn wir die Orange als O deklarieren, dann haben wir hier nicht O, sondern 2O. Also, ähm, nochmal zur Erklärung. Ähm, wir könnten jetzt der Orange O zuweisen. Aber wenn wir das tun, dann weisen wir das O in der 4. Reihe der Orange zu, nicht in der 3. Reihe, denn, dann müssten wir in der 4. Reihe sagen, ist, die eine Orange ist O2, weil, jetzt, jetzt lässt sich natürlich drüber streiten. Aber eigentlich nicht wirklich. Es haben eigentlich dann einige gesagt, dass, äh, eine Orange gleich 2 Orangen sind und das geht nicht. Also, wenn ich bei mir zu Hause bin und habe eine Orange, dann kann ich keine 2 essen. Also kann eine Orange nicht gleich 2 Orangen sein. Das ist physikalisch unmöglich, das ist mathematisch unmöglich und biologisch unmöglich. So, und deswegen wäre es richtig, wenn man hier gleich sagt, okay, wir haben hier 2O, weil es sind 2 Orangen und wenn wir die Orange als O deklarieren, dann ist die in der 4. Reihe als O gemeint. Und daraus resultiert dann jetzt eben auch dieses Ergebnis, das wir für O 1 rauskriegen in der 3. Reihe. Also unser Wert der Orange ist 1, aber in der Reihe 2 haben wir 2O und das entspricht 2. Und damit ist auch die 3, äh, die Reihe 3 richtig gelöst. Wie ihr seht, das geht dann auf. 3 plus 2 plus 2 sind 7. Ähm, weil 2O gleich 2 ist. So, dann haben wir hier korrekt. Die Reihe 2 ist korrekt und die Reihe 1 ist korrekt. Und jetzt können wir natürlich unseren einen Wert hier für die eine Orange, der 1 entspricht, ähm, einsetzen unten. Wir haben die Ananas, die hat 3. Wir haben die Banane, 20. Das heißt, wir haben keine Unbekannten mehr, außer das Ergebnis. Und das gesucht ist in der 4. Reihe. Und das lässt sich jetzt rechnen. Und hier kommt, also der Denkfehler war das eben, denn ich habe da Formeln dann gesehen. Wie gesagt, diese Reihe 3, das ich da oben durchgestrichen habe, diese Formel, äh, wäre nur zulässig, wenn ich dann in der 4. Reihe sagen würde, O halbe. Wenn man den 2 Orangen ein O zuweist, dann müsste in der 4. Reihe müsste O halbe entsprechen. Weil ansonsten hätte man wirklich hier stehen, O gleich 2 O. Und das geht nicht. Das ist, wie gesagt, unmöglich. Und damit haben wir jetzt in der Reihe 4 das folgende, 1, und wie gesagt, das war der Denkfehler. Jetzt haben wir in der 4. Reihe den Rechenfehler, den da noch viele machen. Da haben wir 1 plus 3 mal 20 stehen. Da haben viele geschrieben, das Ergebnis ist 80. Manche haben auch 100 raus. Das sind dann die, die 2 rausbekommen haben, für die Orange in der 4. Reihe. Und alle machen diesen einen Fehler. Sie berücksichtigen hier nicht die Punkt-vor-Strich-Rechnung, die hier drin ist. Ich habe da ganz lustige Kommentare gelesen. Da hieß es nämlich, hier gilt keine Punkt-vor-Strich-Rechnung, weil ja kein Punkt drin ist. Also das x wird nicht als Punkt nachgenommen. Aber ob das mal als x oder als Punkt dargestellt wird, ist vollkommen egal. Es ist ein mal. Und damit gilt Punkt-vor-Strich-Rechnung. Und das heißt hier 60 plus 1 ist das Endergebnis. Also 61 ist das Endergebnis. Und Punkt-vor-Strich-Rechnung gilt hier auf jeden Fall. Vielleicht nochmal ein klein wenig zur Erläuterung. Das x ist normalerweise ein Kreuzprodukt und wird bei Vektorrechnungen angewendet. Vektor haben einen Unterschied. Die geben nicht nur einen Zahlenwert raus. Sondern eben auch ein Richtungswert wird zum Beispiel für Koordinaten benutzt, um die auszurechnen. Und dafür steht eigentlich das x. Eigentlich ist es hier sogar nicht korrekt, das anzuwenden. Beziehungsweise hier schon, weil es nicht um Vektoren geht. Also ist x entspricht quasi dem ganz normalen Mal. Aber auf der anderen Seite, als Division wird ja auch ein Bruchstrich benutzt, beziehungsweise ein Backslash und trotzdem ist es eine Punkt-Rechnung. Ob du einen Doppelpunkt benutzt oder ein Backslash oder ein Bruchstrich, es ist eine Punkt-Rechnung. Laut dem Sprichwort. Und damit haben wir das Ergebnis x gleich 61. Ja, das ist das Endergebnis und die Lösung dieser Aufgabe, die eigentlich nicht so schwer ist. Wie gesagt, es gibt ja Denkfehler, dass man mit den Orangen zuweisen falsch macht, weil man einfach die zwei Orangen als O deklariert und die andere Orange auch als O. Hier ankommt noch ein dickes Herzchen für euch. Und eben der Rechenfehler, dass man die Punkt-Vor-Strich-Rechnung nicht beachtet, die hier auf jeden Fall gilt. So, lol. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren bitte, denn für mich ist das Neue diese Art. Nehmt darauf auch bitte ein bisschen Rücksicht. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Spuri. Bye, bye. Untertitelung des ZDF.